Moin Moin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauers! Ich bin heute gekommen, um Ihnen eine frohe Kundschaft zu überbringen. Nämlich, dass wir im Landkreis Hildesheim 7 Tage jetzt unter 100 liegen. Ist das nicht großartig unter den Top 100? Das bedeutet, dass ab morgen, Freitag, dem 9. April, der Einzelhandel wieder dieses Terminshopping machen kann. Wenn Sie also, so wie ich, einen Gutschein haben oder wenn Sie tatsächlich wieder ein Geschäft betreten möchten, so können Sie das nach Terminabsprache ab morgen, Freitag, dem 9. April wieder tun. Viel Spaß dabei!